Na, wer ist denn diese junge Dame, die sich hier in der Sonne bräunt? Aber Moment mal, dieses Tattoo haben wir doch schon mal irgendwo gesehen, und zwar an Carmen Geis. Tatsächlich ist auf diesem heißen Posting die 56-jährige Frau von Selfmade Millionär Robert Geis zu sehen. Schaut man sich Carmen vor 30 Jahren und heute im Bikini an, scheint die Blondine kaum gealtert zu sein. In einem knappen grünen Zweiteiler riekelt sich die Mama von zwei Kindern auf einer Liege und zeigt dabei stolz ihr Tattoo. Eine große Rose mit den Namen ihrer beiden Töchter, Davina und Shania, ziert den unteren Rücken der gebürtigen Kölnerin. In den 90er Jahren hat sich Carmen, wie viele andere Frauen, auch ein sogenanntes Arschgeweih tätowieren lassen. Einige Jahre später lässt sie das Tattoo unter einer roten Rose verschwinden, die seitdem den unteren Rücken der Millionärsgattin bedeckt. Doch der TV-Star ist noch immer stolz auf seine Körperbemalung, offensichtlich gibt die Mitte 50-Jährige auch sehr viel Acht auf ihren Körper und hält sich fit. Und wie heißt es doch so schön, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.